Meine Damen und Herren, es war von jeher der Traum der Menschen, die Zukunft vorhersagen zu können. Und zu allen Zeiten hat es Betrüger mit genug krimineller Energie gegeben, die aus dieser Sehnsucht der Menschen Kapital zu schlagen wussten. Sehen Sie, wenn sie in der Antike keine Lust mehr hatten, auf die Zukunft zu warten, dann sind sie zum Orakel getrabt, oder? Ja, da saßen dann diese zum Arbeiten zu faulen Scharlatane und haben ihnen die Zukunft vorhergesagt. Aus dem Vogelflug oder die haben so ein paar schöne Hühnerknochen auf einen geweihten Heiligen Stein geschmissen. Diese in jeder Beziehung verabscheuungswürdige Berufsgruppe hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte sehr viel weiterentwickelt. Man hat modernere Methoden adaptiert. Von Vogelflug und Hühnerknochen ist man über Kaffeesatz und Glaskugeln jetzt bei Laptop-Charts und frisierten Statistiken gelandet. Der moderne Mensch vertraut der Wissenschaft, er geht zum Zukunftsforscher und er geht zum Aktienanalysten, meine Damen und Herren. Eine Methode an sich selber hat sich nichts geändert. Die Scharlatane haben sich einfach gegenseitig Doktortitel verliehen und machen jetzt wunderbare Geschäfte. Es sind noch nie so viele sinnlose Prognosen erstellt worden wie in der Zeit. Kennen Sie das bei dem IFO-Geschäftsklima-Index? IFO-Geschäftsklima-Index wird jeden Monat veröffentlicht. Und ganz wichtig, da heißt es in den Nachrichten immer, es ist ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie? Da klopft man so dran, dann macht der Zeiger. IFO-Geschäftsklima-Index. Achten Sie darauf, das ist immer in der Zeitung. IFO-Geschäftsklima-Index. Wissen Sie, was das ist? Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des IFO-Instituts München, die telefonieren einmal im Monat mit einer ausgewählten Zahl von Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Also die fragen nicht, wie war es oder wie ist es, sondern die fragen, was glaubt ihr, wie wird es? Die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Und daraus erstellen die einen Index mit einer Stelle hinterm Komma. Und dann steht in der Zeitung, der IFO-Geschäftsklima-Index ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind, meine Damen und Herren. Was hat sowas alles nochmal mit Journalismus zu tun? Diese Schlagzeile, der größte Rückgang der wirtschaftlichen Leistung in Deutschland seit 1949. Was ist das für eine Schlagzeile? Entschuldigen Sie bitte mal, wie viel muss man wegsaufen, um sowas zusammen zu fantasieren? Ich wette, Sie haben intelligentere Lebensformen auf Ihrem Duschvorhang zu Hause. Das Bruttosozialprodukt in Deutschland ist im Jahr 2009 um 5% gesunken. Das ist soweit richtig. Nur was hat das mit 1949 zu tun? Können Sie mir das mal erklären? Haben Sie mal Bilder von 1949 gesehen? Ziehen Sie davon mal 5% ab. Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Der größte Rückgang seit 1949. Und in der Innenseite der Zeitung steht ein kleiner Artikel, da steht drin, Das Barvermögen der Deutschen ist im Krisenjahr 2009 um 180 Milliarden Euro gestiegen. Sehen Sie, wir haben im Krisenjahr 2009 noch 180 Milliarden Euro auf die hohe Kante gelegt. So eine Krise hätten die Afrikaner gerne einmal im Leben. Wir sind 80 Millionen Mitbürger. Das heißt, jeder von uns hat im letzten Jahr noch 2250 Euro gespart. Jetzt fragen Sie nicht, wo Ihr Anteil geblieben ist. Ich vermute, er ist der FDP gespendet worden. Aber man kann das doch nicht immer alles miteinander vergleichen. Rekordverluste, Rekordverluste. Das muss man doch bitte mal in der Relation sehen. Meine Damen und Herren, wenn Heidi Klum morgen 50 Kilo Gewicht verliert, da gibt es keine Heidi Klum mehr. Wenn ich morgen 50 Kilo Gewicht verliere, da ist immer noch eine Heidi Klum über. Oder wahlweise zwei Skispringer.